Endlich! Nintendo hat einen neuen Nintendo Direct für morgen, den 8. Februar 2023, um 23 Uhr deutscher Zeit angekündigt. In der ca. 40-minütigen Show wird es um Nintendo Switch-Spiele der ersten Jahreshälfte 2023 gehen. Zu erwarten ist also vor allem endlich tiefergehenderes zu The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, welches am 12. Mai 2023 erscheinen soll. Vielleicht auch mehr zu Pikmin 4? Welche News erwartet ihr so? Und ja, natürlich streame ich die Übertragung wie immer auf YouTube. Abonniert also gerne meinen Kanal. Wir sehen uns!